Musik Mehr Sonne als Wolken gibt es in der Region Neckaralp am Donnerstag. Schon morgens ist es überwiegend sonnig. Gelegentlich ziehen bei Temperaturen zwischen 14 und 25 Grad leichte Wolken auf. Auch am Nachmittag und am Abend ändert sich daran nicht viel. Nachts ist es bewölkt, aber trocken bei Tiefstwerten von 14 Grad. Ein ähnliches Bild am Freitagvormittag. Im weiteren Tagesverlauf kann es allerdings auch zu Gewittern kommen. Etwas ruhiger wird der Start ins Wochenende. Am Samstag kommt es um die Mittagszeit zwar zu stärkeren Böen. Ansonsten ist es aber überwiegend sonnig bei gelegentlich aufziehenden Wolken und Temperaturen zwischen 13 und 23 Grad. Auch am Sonntag wechseln sich Sonne und Wolken bei einigen Windböen ab. Am Samstag